Frühlingserwachen, heute Sonntagmittag in Cala Ratiada. Wir sind auf dem Weg zur Cala Aguia. Die ersten Hotels machen auf, haben schon auf. Auf der linken Seite ist schon geöffnet Bayer Playa. Und daneben das Centrador hat auch schon geöffnet. Wetter spielt mit, ganz klein bisschen Wind, Sonne aber pur, ganz wenige Wolken am Himmel. Und von hier aus starten wir runter zur Cala Aguia, dass ihr schon mal ein bisschen was seht. Also der Winterurlaub in diesem Frühjahr macht Sinn und macht Laune. Kommt vorbei, schaut euch Cala Ratiada an. Und hier gibt es wieder den unvergleichbaren Blick, den wir schon hundertmal gepostet haben. Die Cala Aguia sagt Guten Morgen. Und wenn jetzt einer sagt, das gefällt euch nicht, der muss hier direkt wieder raus. Untertitelung des ZDF, 2020